Deutsch lernen mit Bildern und ganzen Sätzen Nummer 61 Heute geht es unter anderem um die Mohnblumen, das Schwimmbad und den Orangensaft. Die Mohnblumen Bei einem Spaziergang mit seinen Eltern sieht Ingo ein Feld mit Mohnblumen. Das Feld ist sehr groß. Ingo hat vorher noch nie Mohnblumen gesehen. Er riecht an einer Blüte. Der Duft gefällt ihm. Der Kosmetikpinsel Franka hat den Kosmetikpinsel ihrer Mutter Susanne entdeckt. Sie hat Susanne oft beim Schminken zugesehen. Jetzt möchte sie es auch einmal ausprobieren. Franka sucht die Dose mit dem Puder. Bisher konnte sie die Dose noch nicht finden. Das Spiel Die Kinder sind mit ihrer Mutter ins Grüne gefahren. Sie sitzen im Gras auf einer Decke. Die Kinder haben ein neues Spiel entdeckt. Sie sind fasziniert von den Möglichkeiten, die dieses Spiel bietet. Die Verspätung Dorota wollte sich mit ihrer Freundin Delia um 13 Uhr treffen. Dorota wartet schon 10 Minuten. Sie ruft Delia an und fragt, wo sie bleibt. Delia bedauert die Verspätung. Sie hat das Treffen vergessen. Sie beeilt sich. Sie wird in 15 Minuten da sein. Der Springbrunnen Florian hat Spaß. Er läuft durch einen Springbrunnen. Das Wasser spritzt von allen Seiten. Florian läuft mehrmals durch die Fontänen. Hier hat er mehr Freude als beim Duschen zu Hause. Die Schokolade Fast alle Kinder mögen Schokolade. Deshalb sollte man Schokolade nicht unbeaufsichtigt herumliegen lassen. Katharina hat die Gelegenheit genutzt. Die Tafel Schokolade lag unbeaufsichtigt auf dem Tisch. Das Schwimmbad Im Sommer ist Volker fast jeden Tag im Schwimmbad. Er schwimmt und taucht. Er hat schon mit vier Jahren schwimmen gelernt. Seitdem geht er regelmäßig ins Schwimmbad. Hier trifft er seine Freunde. Die Farbe Auf der Leiter steht eine Dose mit grüner Farbe. Die Farbdose ist offen. Vier Pinsel sind in einem Becher. Christiane wollte ihrem Mann eine Freude machen. Sie hat versucht, die Wand zu streichen. Jetzt hat sie den Versuch aufgegeben. Die Melone Der Vater von Elmar baut Melonen an. Jetzt ist die Zeit der Ernte gekommen. Elmar hat seinem Vater geholfen. Elmar hat ein großes Stück Melone in den Händen. Die Melone schmeckt erfrischend. Die Säge In Frankos Garten steht ein hoher Baum. Franko muss immer wieder morsche Äste absägen. Er holt eine Säge und eine Leiter. Die Leiter lehnt er an einen festen Ast. Dann hält er sich mit der rechten Hand gut fest. Mit der linken Hand sägt er den morschen Ast ab. Die Kosmetikerin Larissa ist heute Morgen früh aufgestanden. Um 8 Uhr hat sie einen Termin bei ihrer Kosmetikerin. Die Kosmetikerin kümmert sich um Larissas Wimpern. Sie möchte eine Wimpernverlängerung haben. Dazu werden nahe am Lidrand die eigenen Wimpern mit anderen Wimpern beklebt. Das Schwimmbad Heute ist es sehr warm. Esra wartet auf ihre Freundin. Sie wollen zusammen ins Schwimmbad gehen. Ihre Freundin hat aber Probleme zu Hause. Sie darf das Haus nicht verlassen. Esra muss alleine ins Schwimmbad gehen. Die Sprühflasche Blumen und Kräuter brauchen regelmäßig Wasser. Madeleine besprüht die Pflanzen täglich mit einer Sprühflasche. Jede Pflanze ist dankbar für ein wenig Sprühnebel. Zimmerpflanzen sind oft in sehr trockenen Räumen. Hier freut sich jedes Blatt über eine zusätzliche direkte Wassergabe. Der Schulweg Vanessa geht ab heute in eine neue Schule. Ihre Mutter begleitet sie. Beide schauen sich den Schulweg genau an. Sie sprechen noch einmal über das Überqueren von Straßen und das richtige Verhalten am Zebrastreifen. Der Orangensaft Man kann Orangensaft in jedem Lebensmittelgeschäft kaufen. Luis möchte aber frisch gepressten Saft haben. Ein Glas Orangensaft pro Tag kann zu einer gesunden Ernährung beitragen. Orangensaft versorgt uns mit Nährstoffen, die unser Körper benötigt. Das Auto Nessrin hat gerade ihren Führerschein gemacht. Jetzt hat sie sich ein Auto gekauft. Heute ist ihre erste Fahrt im eigenen Auto. Sie möchte ganz alleine fahren, ohne Begleitung. Die Bahn Manuela besucht heute ihren Freund. Er wohnt 300 Kilometer von ihr entfernt in Hamburg. Sie nimmt die Bahn. Manuela steht am Bahnsteig und wartet darauf, dass der Zug einfährt. Das Krankenhaus Andrea und ihre Tochter besuchen Andreas Mutter im Krankenhaus. Am Krankenbett reden sie alle mit der Ärztin. Andreas Mutter hat sich gut erholt. Sie kann morgen entlassen werden. Die Hausaufgaben Die Hausaufgaben Vor der Schule schaut Maren noch schnell in ihr Heft. Gestern hatte sie nicht viel Zeit für die Hausaufgaben. Sie kontrolliert noch einmal, ob sie auch alle Aufgaben gelöst hat. Dann klingelt es. Sie geht jetzt in ihren Klassenraum. Der Staat Marita fängt jetzt an der Uni an. Hier beginnt der Staat in ein neues Leben. Sie ist zu Hause ausgezogen. Marita wohnt jetzt in einer Wohngemeinschaft mit anderen Studierenden. Sie betrachtet das als einen komplett neuen Staat. Die Enten Das Wasser im Teich ist zugefroren. Die Enten finden kein Futter mehr. Marika hat Entenfutter im Tiermarkt gekauft. Jeden Tag geht Marika zum Teich. Die Enten warten schon auf sie. Der Parkplatz Die Familie kommt vom Flughafen. Egon hat vor Beginn der Reise sein Auto irgendwo auf der Straße abgestellt. Er kann sich nicht mehr erinnern, wo der Parkplatz ist. Sie laufen durch die Straßen und suchen ihr Auto. Die Zitronenscheibe Nathalie kauft ihre Zitronen im Biomarkt. Sie schneidet jeden Tag eine Zitrone in Scheiben. Die Zitronenscheiben legt sie ins Wasserglas. In jedes Glas kommen zwei Scheiben. Sie trinkt mehrere Gläser am Tag. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Die Gitarre Am Wochenende spielt mein Vater mir etwas auf seiner Gitarre vor. Ich mag zwar die Musik, aber manchmal ist sie mir zu laut. Dann halte ich mir beide Ohren zu. Vielleicht lerne ich später einmal, auf der Gitarre zu spielen. Aber dann spiele ich immer leise. Die Küchenmontage Norma und Olaf haben eine neue Küche gekauft. Die Küchenmontage führt der Hersteller durch. Sie dauert einen ganzen Tag. Dann steht alles an seinem Platz. Auch Kühlschrank, Herd und Spülmaschine sind eingebaut. Superman Rainer ist sehr aktiv. Er treibt Sport und er bewegt sich sehr viel. Er springt vom Zaun. Rainer glaubt, er wäre Superman. Seine Schwester wundert sich, was Rainer alles macht. Sie steht im Hintergrund und trägt einen Schutzhelm. Die Wäscheklammern Regina holt die Wäsche aus der Waschmaschine. Der Wäschetrockner steht auf dem Balkon. Sie bringt die Wäsche zum Balkon. Dann schüttelt sie die einzelnen Teile aus. Sie zieht sie gerade und befestigt sie mit den Wäscheklammern auf den Leinen des Wäscheständers. Das Spielzeugpferd Marie liebt Pferde. Zu Hause hat sie ein braunes Spielzeugpferd. Jeden Nachmittag legt sie ihrem Spielzeugpferd den Sattel auf. Dann steigt sie auf das Pferd und nimmt die Zügel in die Hand. Vielleicht bekommt sie bald ein lebendiges Pferd. Der Ausfluch Anton und Christina machen einen Ausfluch mit ihrer Tochter Anna. Sie stehen in einem Feld und wissen nicht, wo das nächste Dorf ist. Anna schaut auf die Karte. Anton öffnet die Thermoskanne und gibt Christina eine Tasse Kaffee. Der Bürgermeister Ein Bürgermeister steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und ihrer Einwohner. Was ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin genau tut und darf, hängt vom Land ab. Normalerweise hat ein Land ein Gesetz, in dem das beschrieben ist. In Deutschland bestimmen die Bundesländer die Regeln dazu. In vielen Ländern ist der Bürgermeister der Chef der Verwaltung. Er hat sein Büro im Rathaus. Die Verwaltung sind die Menschen, die für die Stadt arbeiten. Er vertritt die Stadt nach außen und spricht in ihrem Namen. Die Keramik Die Keramiken Diese Tassen und Teller sind aus Keramik. Diese Gefäße sind aus Keramik. Die Fliesen im Badezimmer sind aus Keramik. Die Keramik Keramik sind Gegenstände, die aus Ton, also Lehm, hergestellt werden. Diese Gegenstände werden im Feuer gebrannt. Unsere Teller, Tassen und Schüsseln sind meistens aus Keramik. Andere Gegenstände aus Keramik sind Fliesen, Dachziegel und Backsteine. Waschbecken und WC-Schüsseln bestehen aus gebranntem Ton, sind also keramisch. Runde Gegenstände, wie Teller, Becher oder Krüge, drehte früher der Töpfer auf einer Töpferscheibe. Der Schraubenschlüssel Der Schraubenschlüssel Oskar arbeitet in einer Kfz-Werkstatt. Er arbeitet an einem Lkw und muss dort Schrauben lösen. Dazu braucht er einen großen Schraubenschlüssel. Die Windmühle Die meisten Mühlen malen Getreidekörner zu feinem Mehl. Dies kann Weizen sein oder Roggen, aber auch Mais oder andere Getreidearten. Der Mann, der eine Windmühle bedient, ist der Müller. Die Bauern brachten ihm früher das Getreide und er malte Mehl daraus. Aus alter Zeit kommt auch das Sprichwort, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Malte Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020